Hallo zusammen, hier ist wieder euch Jala und heute bin ich wieder für euch in Battlefesten unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Mythic Plus Chest Opening. Und dazu habe ich letzte Woche schon mal wieder so einen kleinen Key gespielt. Ich glaube diesmal, ja, einen 10er Key habe ich auf jeden Fall gespielt. Riesenflöts, ganz wichtig, weil ich brauche da mein Rezept noch. Aber ich hoffe, dass da jetzt vielleicht aus einer anderen Instanz was rauskommt und ganz, ganz schick wäre, wenn der Würfel hier in 410 Plus drin wäre. Aber wir werden sehen. So, ich kriege auch schon einen Raid Invite. Den klicken wir jetzt aber ganz schnell weg, ich muss mich jetzt beeilen. Und wir gucken, was ich in der Kiste habe. Vielleicht auch eine Waffe? Warum kriege ich denn einen Ring? Einen Ring ist das letzte, was ich brauche. Der hat sogar nicht mal gute Stats drauf, ne? Meine beiden haben bessere Stats drauf. Den kann ich wirklich gar nicht gebrauchen. Den kann ich echt wirklich gar nicht gebrauchen. Der hat zwar 5 mehr Item Level als meine zwei 405er Ringe, aber der hat halt schlechte Resets drauf, ne? Also Crit ist das, was ich halt am wenigsten brauche eigentlich. Ja gut. Also, ihr habt gesehen, ich habe heute voll reingelangt. Ich habe zwar jetzt wieder ein bisschen Titan Residium bekommen und bin bei, ähm, da sieht man es beziehungsweise ja auch, bei 2000 irgendwas und ein paar zerhackten. Aber ich werde mir diesmal kein Teil kaufen. Äh, denn ich spare mir jetzt mein Titan Residium. Und zwar will ich mir dann ein bestimmtes Teil kaufen. Ich warte jetzt mal, was ich in Raid noch bekomme, die nächsten 1, 2 Wochen. Und dann kaufe ich mir, wenn ich genug zusammen habe, ein bisschen wird es noch dauern, werde ich mir dann ein bestimmtes kaufen, da wo ich noch ein gutes brauche. Weil im Moment habe ich an jedem Slot theoretisch, äh, theoretisch hätte ich an jedem Slot einen 415er auf, auf der Bank. Ich habe sie mittlerweile auf die Bank, ähm, gelegt. Aber halt, ja, Items mit Kack-Slots, ne, oder Kack-Trades, warum haben wir es? Ich muss, ich muss die mal wieder rausholen. Ne, also auch meine, hier haben wir sie, genau, das da, das da, da haben wir auch. Das habe ich mir das erste Mal gekauft gehabt. Und dementsprechend, ähm, bringt mir, wird mir ein Random-Ding relativ wenig bringen. Außer es hätte zufällig gutes Stats und ich möchte mich ungern auf den Zufall verlassen. Deswegen, wie gesagt, spare ich jetzt meine, ähm, meine Marken und werde mir dann in ein paar Wochen, wenn ich genug habe, dann das letzte, hoffentlich ausstehende kaufen, wo ich noch keine guten Trades habe und schaue da mal, ob ich in Rade ein bisschen reinlag. Ihr könnt mir ja gern schreiben, wie ihr es gemacht habt oder machen werdet, besser gesagt. Und, ja, schreibt mir auch gerne, was ihr bekommen habt. Vielleicht hat hier irgendjemand was Cooleres rausgekriegt, als ich, als hier so ein, äh, Mistring. Ich bin über eine Waffe und einen Trinker, da hätte ich mich mehr gefreut. Aber gut, kann man nichts machen. Nächste Woche ist wieder eine Chance. Damit verabschiede ich mich. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Äh, ciao.